Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft also hier im Nörd und so wo wir immer eigentlich noch auf die Suche wollten und ich hab nichts mehr zu essen ich hab nur fünf Gammelfleisch ich weiß gerade mal kurz weg ähm was jetzt Justin wenn wir gehen jetzt bauen wir weiter oder doch nicht oder laufen wir irgendwo hin oder da wer hat immer noch verdenken dass er es um komischerweise also von mir aus können wir irgendwo hinlaufen von mir aus können wir aber auch einen Bunker weiter bauen also ich bin da ganz easy oder wir teilen uns auf zwei also einer macht am Bunker weiter und der andere geht nach irgendeiner Stadt suchen oder nach dem Dorf ja hast du was zu essen dabei ja ok kann ich bitte was haben ich hab ein bisschen ne und so wisst mich jetzt ok das sieht aus wie Gammelfleisch so danke ähm dann ist jetzt können wir mal geteilt bitte wir können mal diese Richtung Lauf oder in die Schweiz nicht es ist doch gar auch damit ist ich habe da eben nicht wollte ich mich wollte es und schärfen genau wo sind die viele scharfe er jetzt er hat er gesagt bedenken dass ich nur noch so 1 und 2 nein meint schausten hätte die hände der verdammte scheiß es so tatsächlich wer es es wo ich es so gut verdammte axel ich möchte können wir den gehen hier ist aber auch gar nichts oder sie ist irgendwo eine Stadt ist sie hier überhaupt nichts wir können man nicht in die Richtung hin oder in der entgegennten und nach so und das auch unbedingt irgendwelche Pferde und so dass wir was war das denn gerade das war mein dann ja klar so dann ach das möchte ich dachte gerade die sich bei mir aus wie ein Skelett ich habe keine Ahnung warum und ich mache gerade mal ganz ganz kurz den hier man hört das nämlich nicht was ich mache denn ich mache gerade mal ganz ganz kurz einfach nur damit ich ein bisschen mehr sehe da hinten ist Lava da hinten ist ein Skelett ich habe ich habe noch ein halbes Leben ich habe noch ein halbes Leben und das ein Krieg und jetzt wäre es ein Skelett schießt an den Staunen dort kann ich mich schon da runtergekommen ich bin einfach gesprochen ja aber warum aber warum springst du da runter und ich mache gerade mal ganz ganz kurz den hier alter Fall da ich wäre fast auch aber hier sind voll viel Rohmaterialien da oder unten ist Lava wo bist du überhaupt sehe ich nicht ich bin nach oben also ich bin ich bin Vorsicht ich bin Vorsicht vorsichtiger wie du ähm ja das ist auch gut ich habe keinen Stein dabei um mich vorzubauen verdammte Axt ach soll ich die Ersteine runterschmeißen ich habe auch keinen Stein dabei ich bin nicht ich brauche mir einfach eine Wendeltrippe so du bist du verdammt ich sehe dich gar nicht ich bin hier äh gehen nur auf diese Erdbacke in der Mitte äh mehr Problem Justin ähm oder warum bist du auch ach da bist du okay genau der Anteil am Himmel ich habe immer noch drei Striche Scheiße da hinten da ist ein Zombie Höh Skelette nein danke passt schon nicht ich 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 1 1 2 Höh 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 Prozent wird sagen wir treffen zu verrunden oder oder wie noch nicht ja unten in der Schlucht treffen ach so er aber wie komme ich darunter und dass sie wurde einfach nur Wendel Treppen ich habe aber keine Materialien und da oben ist es Geld ich muss hier gerade mal ganz ganz kurz einfach nur weil sicher ist ein bisschen weiter von der Höhle weg weil wenn er mich daran schießt dann ist ja durch muss gleich und so angenehm hoch ich nehme gerade hier einfach mal kurz mit aber jetzt schaute schön und das Geld und die Mensch jetzt ist er dass es ist Prozent ich hätte auch eingelaufen werden aufgeblaschen und ich macht das skelett eigentlich einem nur was wenn man sich zu schnell nähert oder so ein arsch aber ich gucke mich hier gerade mal kurz in der gegend um vielleicht findet also irgendwas schönes du bist jetzt noch oben ich bin oben ja hier ist tatsächlich nichts hier ist keine stadt hier ist kein dorf hier ist gar nix er baut ihm eine treppe wo du runter kommst ich komme gleich ich möchte mich hier jetzt gar nichts da hinten als kühe das heißt nirgendwas Pferde wenn er Pferde sind müssen dann noch Leute in der Nähe sind ich weiß es gar nicht so verdammte Axt so ist schon mal viel Eisen was ist die Drecksauber da da hier ist ein Küper scheiß jetzt überall diese jetzt überall diese spinnen verdammte Scheiße ich sehe nichts mehr auf wenn es bricht und achte Axt so okay du kannst jetzt da kommen ich weiß nur nicht wo du bist hier geht es immer noch ein bisschen nach unten so ich bin jetzt gleich da ich weiß wo bist du denn du verdammte Axt ach da hab ich du höh ähm Leit so so ich bin da ich bin ich bin oder was ja bravo schön nein ich bin da um ich bin 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 ich versuchte irgendwie anzufangen aber ich ich sehe dich aber auch gar nicht da oben als drei Skelette ich bin bei mir der Klinik Telefon Scheiße ich weiß nicht mal in welche Richtung wir laufen sind nein jetzt boah die Drecksau Scheiße ich ich sehe das darf gar nicht mal ja leck mich doch am Arsch Scheiße ja sie kämpfen ich glaube es ist nicht wirklich ratsam sich vom Bunker zu entfernen ja ich weiß auch nicht wo bist das andere hm nein nein auch jetzt jetzt hab ich den Sumpf gefunden ok da schon wieder so eine Drecksspinne am Hals Scheiße jetzt über Skelette da ist ein Creeper ich bin dein Staff aber auch gar nicht nein ja nein nein scheiße ok vielleicht schlafen wir gerade mal kurz wenn du mal kurz zu mir kommst dann können wir schlafen dann finden wir vielleicht unser Zeug besser oder schneller wieder ok jetzt geht es mir eher in den Sack du bist aus der Welt gefahren ja komm erst erst lass schlafen dann ist es wenigstens Mittag ja und das Tag so komm buch fick dich komm fick dich du Schlappschwanz komm lass es töten so ne ich 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 will zum Zeug ich hab nämlich alles Scheiße verdammt leckt mich am Arsch ja schön es brennt hier immer an alles bei alter gehen wir das jetzt an Sack Scheiße das Problem ist wie kommen wir da jetzt auch runter verdammte Axt ich hab einen Weg gebaut ok vielleicht ist dann Zeug noch da meins also meins müsste eigentlich noch auf jeden Fall da sein weil ich bin ja gerade eben erst verreckt wobei deins müsste ja auch noch da liegen weil ich glaube erst ab 10 Minuten die spawnt das oder? ja meins ist noch da meins müsste ach ach du bist hier irgendwo verreckt ja ich bin da bei der Schlucht verreckt ja ich auch ich bin in der Schlucht verreckt weil ich gedacht hab ja cool da ist ein Loch und dann bin ich reingesprungen und dann war es doch zu tief scheiße wo ist was und Zeug so ach hier sind wir ja schon jetzt ist tatsächlich nur wirklich die Frage wie komm ich da jetzt runter verdammte Axt immer den geheimen so ich bin unten ich hab mein ganzes Zeug immer noch nicht verdammt ich bin irgendwo hier ach da sind meine Sachen scheiße ich bin schon wieder direkt ich bin ganz ganz ich bin ganz ganz unten am Grund gewesen scheiße leckt mich am Arsch ich sehe mal ein anderes soll ich muss gleich noch irgendwo da oben sein warum leckt denn das auf einmal bei mir wieder so das hörst du aber auch nur mindestens meine verdammte Axt ich lade da gar nix hoch bin ich nur wüsste ok das war dein Zeug ich war nur ganz ganz unten weil ich ... Ja, irgendwo. Mich wundert es aber ehrlich gesagt auch, dass hier... ...keine Leute sind, verdammte Axt. Keine Dörfer, kein gar nichts. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Ich bin da rüber. Warte, wir müssen wirklich lange reisen.